Ok, also 10 von Team 2 und Team 3 für das erste. Das erste Team feuert ab. Warum machen wir nicht? Das mittleres Team ist frei. Bitte, Koko. Weil wir hier ballen müssen. Ey, bitte. Springe ein, wer ist denn schon wieder? Ich schwöre, ich schwöre ihn. Ich schwöre ihn wirklich. Ich schwöre ihn wirklich. Irgendwann, Bruder, ich sag, er macht das Clipfarming. Ich sag, es Clipfarming. Nein, 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 nein. Ich sag einfach, der ist von der Tour aus. Er hat richtig Kling im Kopf. Nein, nein, ich sag, es Clipfarming. Er denkt, es lustig, ist aber nicht lustig. Ich sag Prozente, ich sag Prozente. Ich geh auch Prozente. Ja. Ich sag auch. Nein, Bruder, er spielt das. Das kann nicht normal sein. Wie viele Pokale? Das kann nicht normal sein. Und wie viele Pokale Jungs? Drei. Drei. Drei zusammengezählt, ja? Drei zusammengezählt, ja? Drei zusammengezählt, schnelle Runde geht aus. Drei zusammengezählt, schnelle Runde geht aus. Drei zusammengezählt, schnelle Runde geht aus. Du kommst noch zum Sport. Danach Münzen, ja? Ich geh auch zum Sport gleich, eh. Ich geh auch zum Sport gleich, eh. Ich geh auch zum Sport gleich, eh. Ich schwöre noch immer eine Story. Bitte? Ich lade einfach ein Foto von letztem. Ein bisschen an, in der Seite schon. Und sagst du so, Sport, oder? So, Sport zählt nicht, wenn du zum Kühlschrank läufst. Oh, oh. Also, wenn ich... Doppeltürigen, der zählt schon, der muss beide Türen öffnen. Also, wenn ich von dem Weg, ja, ins Bett, außer Atem bin, ist das für mich Sport, hier Bastarde. Was wollt ihr? Ah, sehr gut. Ey, du. Machst du's noch beim neuen Kühlschrank? Sag, ehrlich? Ne, ist noch nicht da, der kommt am Mittwoch. Ach so. Und du werde ich auch nicht selber aufbauen, sage ich. Der Bruder, wieder nach? Ne, ich werde arbeiten. 50 Euro, die hat geht das jetzt machen. Ey, warte, mit wem? Danny, konzentriere dich. Bitte, ey, du. Bitte, ey, du. Bitte, wag es nicht, wag es nicht. Danny, Bruder, ich sag dir ehrlich, Bruder, du nicht, konzentriere dich lieber, okay? Sehr gut. Boah, was? Die Hede Elders. Elders war das eigentlich das letzte Mal FIFA gespielt bei dem Thema. Axel Off-Season Off-Season. Und wir lauten bei Foros oder? Schaffst du, kannst du Minigames, Kroko? Ja. Okay, dann vertraue ich dir. Verformst du da, äh, gerade? Elders und FIFA? Äh, Bruder, wir haben einen Urlaub gerade. Gibt es ein Coaching für mich dieses Jahr? Oder ich bezahle Elders. Maybe, maybe. Für drei Monate immer. Für drei Monate bezahle ich dann. Bruder, aber dieses Jahr ähnlich, du weißt, wir waren arm. Was sollen wir machen? Geh nach rechts, Kroko. Und der Rest ist einfach geschenkt so? Mäßig? Na ja, wir haben eine Schausdorbe. Für die ist, also gute FIFA-Spieler schaffen wir es bis zum Ende der Saison, das geht dann so bis zum Sommer und die, die halt vorher mocken, nach Scheiße, die fliegen raus. Was soll ich nur sagen? Aber dieses Jahr ging nicht, du weißt. Oder du weißt. Das ist aber wirklich schwer. Aber das ist wirklich verrückt, dass wenn es einmal vorbei ist, dass einfach nichts mehr kommt die ganze Saison, ne? Oh, so ein cooles Spiel. Scherat, die drei Elders. Schön, Kroko, schön, Kroko. Ihr seht das, Kroko. Ich seh das, ich guck dir über die Schulter, Kroko. Hey, warum stink ich? Ich stink auch. Was ist reich, Bastard? Ich bin 29-Jähriger. Wie alt bist du, ey? Das ist krank, was du das sagst. Ich bin hier 30, ich bin der alte Misssau. Sag dir, er bin ein alt, Digga mit 22, der Peach. Ich hab Bandscheibenvorfall gefüllt. 21 sind auch die Millionen auf seinem Konto, nicht nur sein Alter. Hahaha, rede! Dann kriegst du Mutanfall. Ich mach die ganze Zeit. Ey! Oder fühlst du eh die Angegriffen? Oder ich hab grad 99 auf. 93. Alles backen, die schwöre. Ich schwöre, ich schwöre. Boah, bin ich ein Bastard. Ey, Morius und die Ente! Mein Bruder! Stark, Edos! Ich glaube, ich habe fünfmal am Stück 0 gemacht. Klepp für Elders in den Feld. Super, ey, super, ey. Super, ey, super, ey. Super, ey, super, ey. Wir haben die Kiste. Das Ding ist sauber. Die Kiste haben die auf jeden Fall. Daddy will wir gleich mal ne 0 rein. Ich mach mal ne 0 rein. Ich mach mal ne 0 von dir. 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 Schere. Schere. Mach mal ne 0. Boah, die 9! Was? Wird wieder eingeladen. Crazy! Digga, das ist die, komm ich mal. Das ist wieder zufall, oder? Das ist so frech, ne? Ich wollte eigentlich nur kurz davor landen. Okay? Das ist wieder kacke, dass du hast jetzt, ne? Das ist wieder krass, oder? Boah, guck mal, wo die Kiste ist. Koko, du musst sie holen. Ich bin komplett woanders. Drück ab. Das ist auch wieder der einzige bin. Das kotzt mich schon wieder so an. Morios, hast du? Hast du bekommen? Kaktus sofort umziehen an. Ich hab kaktus. Zieh an mein Freund. Okay. Du hörst nur auf mich, Ellos, ja? So, Elie. Ihr wisst jetzt, wer hier die größte Bedrohung ist. Er will dich zu seinem Sohn machen. Ey, Ellos, lass hier nicht beeinflussen. Ja, du hast recht. Oh mein Gott, das ist Magneton. Haha. Das ist das Geisteskampf. Eli, hast du was mit dir? Ne, ich weck den Bastard. Ey, 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 ey. Ich denke, okay, doch. Und du die Fickige. Oh, Digga, der Bastard. Geh in die Suppe. Aber den hier noch nicht finde ich, das nur Schüssel. Ich bin schön low halten, aber die Sau. Boah, das ist echt richtig ärzt für mich. Okay. Kroko hochwürfen, hochgewinn. Nacht durchscheißen. Und fällt es gut. Du musst nächste Runde vor Erders kommen. Du musst vor ihm kommen. Ja. 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 Den, 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 den. Das hat man bei die Kisten recht spawned. Ja, ein Würfel runter. xem, einen Krater. mGOW. Wenn wir da gehe ich schon runter, wo mir das geschenk oder ich gehe einfach hierhin, den Ersten mit einer Rakete und habs? Naja, oder? Hажеh, nein, würde nicht so sein, ne? Wichtig sind meine Freund,hey, ich werde nicht mehr in etwa. Nein, 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 nein. gladda, zwei. Èahhhh, ehhh, es hat mich mit mir ein Freund. Okay. ich habe es immer controller gespielt und irgendwie macht das controller ich habe es immer controller gespielt, ich habe es immer controller gespielt, ich habe es immer controller gespielt ich habe es immer controller gespielt, ich habe es immer controller gespielt, ich habe es immer controller gespielt ich habe es immer noch nie gesehen was? guck mal, guck mal, was er kriegt guck mal, guck mal, was er kriegt was? mach, äh, aua auf, ähm, die beiden jetzt mach mal ruhig da, Eli krass, guck mal, mach lieber, älter ist sein dings, wir teilen uns einfach nicht schlüsselmedien ist gar kein thema die kriegen die gegenseitig die sind doch viel gefährlicher warum er das hatten magneten und dingster warum hat elders nur 8 hp deswegen wenn der wenn du in die nähe kommt können wir wenigstens weg fahren warum hast du 8 hp ich bin geknallt hier fällt den chino halten ich werde die pappe in die fresse schießen würfel und die man kann sofort die fresse sofort die fresse sofort die fresse so jetzt kriegt er er kriegt einfach das super geschenk jetzt ne das ist so eine verarschung dann holt sich jetzt in den hasen und das war's hier ist niemand hier ist aber niemand großartig gar nicht so einfach und dann die keys mein freund und du wirst den den automaten sofort ja ich überlege lass mich überlegen gegen wen wir haben zeit dass wir beide dasselbe würfeln ist verrückt das wird eigentlich viel gesagt sage ich naja das wird schon oft genug gesagt aber ich wollte nur ich wollte dass es nicht vergessen gerät das gucke auch wirklich fettes viel ist da kann man wie geht das wie geht das da kann ich gerade auch aus allen ecken und nähen ich ich bin wie neymar ich bin wie klose es ist vom basteln er wird zurückkommen er wird sein comeback fallen ein stolzes comeback von basteln oder was ist es für eine lobby hier das geht ich bin ich ein bruder von hier bis nach tanzanier das gesehen das sind die reactions vom boxen chat probleme vom boxen hast du auch schnell noch seitenauslage gewechselt hatte eine beurte gestunken jetzt mal koko gestunken bei welchem spiel hello boy hat hat keine kiss dieses game koko hat hat keine kiss hat keine kiss meine kies erdmagnet erdmagnet in meine 23 kies bitte eine pump kann das war wirklich stark ja ja bestätigen ja das op nein nein und du kriegst hier aber ich sage der war gar nicht so krass kleid habe ich eigentlich aber du hast einen verschwindet 14 kies und das war's also schwer so nötig also ich würde eigentlich sagen dass du auf medienautomaten machen soll das aber dann haben die eine chance sofort zu gewinnen nicht bitte ich bin wieder kacke fast aber immer so ich weiß es ist aber immer so ich weiß dass wir das automatisch auf oder wem hast du mal reden und aber wie so mein gott oh mein gott macht den magnet macht immer wieder bitte um feuer ab doch klausel magneten bitte also rakete er hat sogar nur link aus und saug und saug und jetzt komme ich vorhin und sie sein scheiß automata und jetzt lassen mich ihn jetzt brauchen wir uns das kannst du zählen kommen nein ich habe das nicht jeden abend gefühlt kannst du das medien das spiel erstellt oder ich wusste nicht dass man nein abziehen kann keine fünf eine fünf ich habe was vor ich habe es vor mein freund er will verlieren mitte aber will ich von lassen ein dummes stück mal mit so vielen leuten ja lobby aber ja aber die lobby ist echt veröönt ich weiß denn hier im game schön den stark wo du bist du bist ich würde ich habe passiert alles gut also auch raus so reingeschissen sind ich bin in diesem game halt einfach ich bin ein bug gänsehaut glaub ich nicht das gelbe ist so müll ne ich bin ein peach oh mein gott ich bin ein vollidiot el morius digga super digga das kann doch nicht sein elos lass mich erster werden ich bin ein sportler buray sack doch elos lass mich erster werden super 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 eldos eldin hilfe top 1 europa okay jung wir müssen jetzt alles aber zusammenarbeiten eldos also hör mir zu hör mir zu mein freund also automat ist ich würde also ich würde sagen medias die beste chance zu gewinnen aber da kann es sein einfach gewinnen digga wenn er gewinnen sollte ich sag ich sag forder den totti heraus tu es einfach forder mich raus forder mich raus forder den totti heraus wie ein löwe demütig in deinem spiel demütig in eldos forder mich heraus forder mich heraus forder mich heraus eldos du hast mein go dafür mein freund forder mich forder mich heraus forder mich heraus das muss was sagen ich muss was sagen also ich sage ich besiege safe stein also ich würde sein picken aber bruder weil es hat gesagt das muss ich eben nach es mach es du wachstest das wort gegen mich zu erheben ich habe vertrauen in mein gott und auch so ein eldos ob straße also eldos ich möchte auch hinweisen das kann ich sicher ist dass du gegen mich gewinnt weil das sind rentner spiele da habe ich einen vorteil gegenüber dir ja genau so elizidisch bis immer eins vorne ja genau so ist immer noch eins vorne schön oh schau dir an wie er stinkt der fieschling ist fort noch gut okay stark 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 eldos lass es eldos krass eldos hat es eldos holts nein hat er nicht ich will jetzt auch ooooh ooooh keiner kriegt eins es ist aber ich habe nicht einmal gechockt ne ich habe nicht einmal gechockt ich bin immer durchgekommen das ist sogar so gut ne dieses paddy game ist so ein dreckiger das ist ein absolutes spiel guck mal guck mal guck mal der totti ach du deine aubergine ey wie kannst du dich gewinnen ja ich schwanz mach einen meter oder bleibstehen die kommen auch immer außer reichweite und 80 schlüssel wir müssen irgendwie abziehen ja hier bin ich in range nimm den schaden nimm den schaden nennen dann das macht keinen sinn wenn wir da zusammen ich weiß ich weiß nimm den schaden wir brauchen das geschenk du brauchst du hast die keys du hast ja nicht mehr hast du gerne gehabt du hast rakete gab auch so eine schere boah ich freue mich so nachher noch ich hab keine keys elie ist armen ich steck okay weiß ich nicht du musst du spieles gewinnen nein ich hab keine keys ich werde die ganze bei magnete auf eifal-basis kummer 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 oder ich kriege eine pump gun die kriegen wie der rakete aber wir sind so weit weg von dann hast du irgendwas in geschenk nein ich habe nichts okay dann zwei bitte rechne mal wo kriegst du was 1 2 3 4 5 6 7 8 geschenke und lang geht da lange bitte geschenkt 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 schritte geschenkt wir müssen du musst mit raketen arbeiten gucken wir müssen diese bastarde ich habe vor ihnen 0 und das film verdient medie bitte noch eins wenn du kann ein und die wieder unten links lang weißt du das ist kein problem kein problem spielst du dich das gut bei 80 keys wenn der irgendwie verreckt der muss hinter der firma ist sofort firma das ist gut fokussiert elders cng auf elders gehen einfach auf medie das schlechteste pc gamers gibt wo bin ich wo bin ich sage ich habe controller ist das kinder oh mein gott ich dachte ich wäre medie ich habe mich ja ich bin eh nicht nur der firma ja ich habe den namen gesehen ich dachte ich bin gar nicht in mich reingefahren ich kann nichts sagen wer ist denn das ich schwöre ist auch so ein bug game denn ich kann nicht kommen selber medisch das hast du ist viel besser als dann egal 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 sind noch in seinem kopf gewesen wie du hast das gemerkt wo bin ich denn ach so aber nicht er ist es so voll ich war dabei an der kann aus meiner klippen wie ich es hier mache ich bin auch der medisch ist scheiße ja zu sechs wir müssen auf den wir müssen auf lila auf lila auf lila ich bin in der mitte komm her bastard was aber mein gedink gekreuzt oh mein gott wie ich es jetzt habe stark elie stell dich am schicksal ich krieg als erster eine aubergine gibt mir eine rakete du mein oberst war krass es kann sein dass ich älteres jetzt bekommen ich könnte ihn kriegen er kriegt der mit von der suppe plus meiner dings aubergine vielleicht kriegst du seine kies also jetzt mit einer kleinen ist sogar besser so wie oft ich hier gekillt werde und wie oft ich hier abgezogen werde ist schon wieder so eine scheiße ich habe sie nehmen sie was gibt und es ist gut und kannst du kannst du auf ihn abfeuern an mir vorbei ist das in morius stirbt ist nicht gut in die suppe meinst du nein ein unten lang also liegt unten lang oben lang also oben bleiben bringt nichts wenn wir zusammen rumlaufen das ist ein bisschen chillen stimmst du jetzt aber ist okay und du hast auch immer zwei geschenke und so weißt du ganz schnell ich weiß ich weiß du hast nichts wie viel damage 14 älteres überleben mit einem hielt ich hielt ich hielt ich hielt ich hielt ich die machte manchmal 15 glaube ich ich habe das super geschenkt kriegst du mein freund gleich der kommt das urteil spricht sollte auch das schwert führen rogo studien gefallen jeder schottkampf schuss kostet ein wagen ich hab's gesagt ein mann ich kann nicht mehr machen als sein schicksal zu akzeptieren die welt ist kein guter ort für uns guckend sie waren nicht gut für uns die 2 elias bitte erlöse mich nicht bitte ich habe noch hoffnung na gut hihi das licht wieder ich höre ich habe mir solche schweißfeld auf der stirn jetzt kommt die neue einfach so weine schicksal ey dos mach dein geschenk mein freund ich glaube bestimmt so nicht ja also jetzt haben wir schweiß wir haben schwarz auf weiß ey dos wieso spiel dich hier mit zwei magen und schweiß ey dos geschenk ey dos geschenk wir haben schwarz wir haben schwarz auf weiß wir haben schwarz auf weiß lass mich raus mach kein loch mach kein loch das ist das loch das ist das loch das ist das loch oh mein gott die haben noch die 0 wir haben noch die 0 irgendwie das kann ich sein das gibt es nicht das gibt es nicht also ich wurde lang ist mit ich wurde lang nicht mehr so im game ne ich sag ich hätte runter gehen müssen egal einfach gewinnen rakete und jalla super was ist die bude wenn man nicht gewonnen ja eine noch eine noch auch digga ja digga ja digga ja ja 24 stunden wach wo bin ich wo bin ich rechts rechts links oben rechts super unten oben links unten oben links rechts rechts warum hast du dich so gegen die uhr gegen gegen dings oder guck mal was kriege ich bin auf 1 ich komme auf zwei ausgesprochen bei der olipiade den letzten vergessen du hast zwei oder 0 2 so geisteskrank ich habe überlebt boxhandschuh ober bestellt eine kleine oberling es wurde eine kleine ober bestellt ich mache fantasie immer fantasie erlos oder doch verzeih mir oder wieso aber war so du kannst gleich kochen ich nehme dann die kies kommen aus schlüssel fällt hoffentlich und dann sind wir am start ok funktioniert oder ich vertraue dir muss funktioniert ist die das die taktik enttäuscht ok mach 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 hast du noch haben können ich okay kann seine fresse freuen und dann ganz kurz ganz kurz immer er zum moment er ist die erd hast hatte aber den nennen als gut schere schere vor der fresse ja gar nicht nicht oder hatte feuer ist gut jetzt erst da werden geschenkt wird in den neuen einfach bitte eine neue ich mache sieben machen 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 dass sie mein freund machen was und trotz ich nehme kies auf jeden fall kies jetzt haben wir uns den körper von der runde gerade wirklich zwei ich kriege bitte 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 automatisch geht automat direkt nichts einsetzen einfach ein oder multimillionär wiederheim vorteil goldball zu bringen und dann wieder umgeknallt wird oder was ist das für autos nach meter stück und dann kommt ihr so wichtig um das wort in meiner fressen lecker batzen mein gold was das krank hallo auch oder es war kein gold aber wenn man darauf wartet die spiel das ist korrupt hier das korrupt korrupt ist direkt spiel ja guck dir sein manchmal ehrlich kraft und dann läufst du weg und dann von so drei du kannst du es gebe ich ich bin ein stück auf der 2 und den abziehen da muss ja drei vier fünf sechs sieben acht neun glaubst du ich krieg zehn kies mit der rakete soll ich mal für die wissenschaft also einst die man die magnet oder für die ganzen kies ja 100 prozent das sind zehn muss ich überreden gänse schwanz obwohl ich glaube sind neun 23 456 ich sag's nicht sehen das wird bei den die absaften ein ding noch sie haben gewonnen ich habe ein play okay hören wir zu koko wir fordern das schicksal heraus auf eine zweite runde es werde jetzt eine rakete machen danach bin ich bei seinen in der nähe und ich habe noch mal genäht das heißt er ist gezwungen diesen automat einzusetzen und er wird es gegen dich machen dann wird er verlieren und wird dann haben wir alle zwei und dann sind wir back in game es sind so 17 guter plan sagt nicht auch 100 prozent klar ok 23 23 oh mein gott irgendwas bei ihm hat nichts ich habe das bei gott noch nie gesehen nein aber er hat die kiste denn du hast noch denn du hast noch jungs jungs das ist also wirklich gesehen ich hasse pummel party so krass und jetzt kommt er hier achtung hast du ober oh mein gott ja feuer ab oder für das viel ist er dumm ist er wieder dumm in so 2345 ja du kannst du doch kannst du doch so machen dass er keine kies hat er bekommt doch nächste runde kies diga also was aber nur wenn er gewinnt der stück oder so und jetzt wollte mir über pommel party erzählen der clowns nasen die dumm der regel keine luft sei mal her und man bringt nichts total bringt nichts machen magnet auf 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 medie dann hast du auf jeden fall ein paar kies eigentlich doch beider ja 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 mach so wartet er macht so feuer einfach ab oder ich habe da geht der männer kriegt oder sein geschenk nicht meinst du hast nächstes wir haben ein freund hoch nicht die suppe bitte super super schöne kies aber ich bin winest schluss das 1 und 2 fakete erste und vak stalk erster und frank kriegt und ich Animieren machen mit kroko hinweg macht koko macht eine bzw die strafreie china ist immer unentschieden einfach der abends lief trifft so wieder werde ich das los du weißt du kannst du du kennst die macht es abends liefst das los in 10 schön sehen du bist von du treu stück du bist von aber ich habe vertraut du mein schatz vorsehen das vor der führung du bist vorne sei wer bloß einmal so wendig im echten leben ist zwar eine vorne ist immer ein von die firma für uns denn das ist keine augen so ein wenig mein gott so gibt er das ding ist hier nicht abfreundlich so ein peter in dem dreck spiel hier oh mein gott oh mein gott ok denn die gute fahren und die marika skills übertragen sich da auch hier ja ich fahr die firma die wand ok nevermind die mocken einer scheiße also holen das ideal kurve hier wo ich werde erst dann oder wäre ich so erster ja mal ping ja das ist ping oder das ist ping ich weiß die bombe haben wie geht also wenn ich einfach bekommen ich habe zurück zu und bezahlt den preis bezahlen im preis wir spielen jetzt mit dem schicksal wir spielen jetzt damit es wird nämlich vorne die kiste wird jetzt die kiste direkt vor mir jetzt rechts rechts auf den gang genauer ist gut ist gut ist gut habt ihr was für kroko der zwei raketen dass wir eine kiste haben wir haben noch eine so viel sein das ist ja dann noch halten muss man auf was geht ja ein geschenk sagt hast du schon gewonnen wenn du glück hast nach wo da ja ich könnte noch mehr und es ist aber die firma sein 1 es ist die firma wirklich kommt er dann macht kommt der ehlige so eigentlich nicht weiter zu hoch ist normalerweise machen ich glaube der kommt aber wenn er kommt er gut wie kann der weise haben wenn ich an was die hand ist die massen eigentlich kommt er nicht an dass wir mit sohle du musst auf der serie verlieren das noch ist das alles gestört aber passt das sein jetzt kurz mal er drücken kuki kuki da kommt zu mir muss es unten um zu mir ist das geschenk er hat uns um zum geschenk dann bist du kommst du vor allem freund wir haben gerade unentschieden gemacht die kriegen alle raketen und wir kriegen nur krieg abriss würde was euch da sagen ich war es sehr dumm aber die kante davor aus voll posten ja oder daran erkannte lag an mir wenn den über dem kopf das spiel oder ich hole letzte kiste macht die heilige freund und die super aktiviert die suppe und aktiviert ja oder geschenk 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 ich krieg geschenk jetzt immer das geschenk ich habe immer nur kohle bekommen jetzt wo stehe ich ich finde aber mittlerweile die geschenke auf der punkt war die sogar besser erster und zweiter geht nicht immer in der rakete tp oder so meine augen bin sind bei solchen sachen der wo ich dich bin sind darf ich auf einmal fange ich fange meine augen an zu zucken sie drehen aber durch meine augen sie drehen aber kommen in den augen wisst ihr es du darfst nicht blinzeln und auf einmal zuck ich rum wie ein peach auf einmal brennen meine augen auch auf einmal brennt sie sie fangen einfach random an zu brennen und ich muss bin ich habe ein anderes game gespielt ich wollte ich auch alle bekommen wenn nicht ich finde das ganz geil so dass die erste pakete bekommen und immer tp und so ja aber das ist kack oder ich weiß ja auch noch vier mal kommt zwei ich habe nicht einmal rakete bekommen aber an sich ja sonst wäre es ja das immer so schätze ende ist es halt ok ok wir fahren im machen wir haben eine schöne drei hat ich gehe oben lang oder ist egal ist egal bis am ende des feldes ist man nicht die ganze dumm mach ordentlich meter mach ordentlich meter die ente das treue stück wartet hat er noch 15 ap hat irgendeine ober du hast du du und weißt stück scheiße denn hier hast du eine ober eine hose habe ich was denn aber sie ist da sie wunderlampe ist aber nur klein und da auch irgendwie ein scheiß geschenk man lauf basta was soll der scheiß dennis low das ist sehr wichtig 33 keys ich habe nicht so weit gedacht du hast absolut recht mann ich wollte die ober benutzer ich wusste nicht wie rum scheiße der guter kursarja machen wir das gleich guter korn dackel schnitt mein freund krass was ihr alle geschenken habt man wieder kacke oder ich kurz mich zu dir kommen oder nach unten und dann geht es mir geht zu mir geht zu mir weil sie können mich könnten oder ja sie können wir schon auf mein feld älter hast du machst eine ober auf medie zählen die zwei und rakete und klaut sag ich was auf okay ich werde sein ach du scheiße wir müssen vores einkommen komm schon sehen irgendwie muss das vor medikum auf medien nur auf media ich unter die unter die unter der also wo ich bin die richtung da ist er okay 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 mein schwann kommt ja bisschen weg von mir angst oh gott er verkehrt er muss vorhin kommen und hoch springen und feuer vier eck vier eck ich will tasser zu eine vier komm schon sein bitte sein bitte sein super gutes spiel für mich erster geschenk und ich klaue den die hoffnung kommt schon dass wir ein bisschen schaut bei uns und übrigens heute komm schon nicht proben dann kannst du erster geschenk und abfeuern das ist es wo stehe ich dritter ist nicht so übel ja ich habe pummel richtig hallo hallo ich kann mich nicht bewegen ich kann nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen nein ich kann mich nicht bewegen es ist eine andere taste warum auch immer ich schwöre kroko du musst ich schwöre das ist doch heute nicht mehr normal oder ich dachte kontroler ist kaputt oder maustatur zähler verkackt kroko du hast digga das habe ich meine mutter die ist warum ist das auf einmal auf s kroko wird nervös kroko schreit sich ein in seinem misteich in seinem sumpf habt ihr auch mal auf die kacke das bei oder ich habe gerade eine minute mein kopf angestrengt für ein jetzt müssen wir glück haben wenn du glück hast er hat rakete bist du vorhin bruder du kannst keine 16 jahre kroko der ist tot er kriegt die kiste nicht größer oder kobe in dem auto fehlen und die macht 14 schaden wir haben proben hat nein die matemat schon 15 würfel einfach mit der würfel einfach oder bitte ok das heute die kiste aber dann geworfen die krieg stirbt nicht müssen warten auf dem richtigen zeitpunkt kreer das super geschäft wir können hier nichts tun bruder macht das ist neu oder bitte oben auch ein geschlosser sehr gut für mich sehr gut für mich koko outperform ihr müsst jetzt was auf koko auffeuern vielleicht mal ja ja das ist was auf elders abfeuern auf elders auch und auch hast du was mit ich gebe jetzt geschenkt bitte meine heilung machen jetzt bevor es geht so also sei mir die haben nur ein koko und die ist die gefahr gut bitte aber erlebt gut aufgeholt ja dann trifft das jetzt ja auch ist die logik ja ich würde nicht also ich weiß ich mache das fette viel nur ein qi und die haben zwei machen weg das hitterzeit also der modik müssen weg mussten können ich sagt er geht weg oder geht mir egal 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 ist das alle weiß nicht drauf oder ging das aber nicht nur noch mal den am auf der unterschied war dass ich nicht ganz unten stand sondern auf dem mittleren feld weißt du denn ich kann das nicht funktionieren ja ja ziemlich erst doch natürlich macht das denn ich war einen anderen stelle da und man darf es sein felder glück habt ihr gerade das one shot jungs die können gewinnen ich bin da nicht mehr gut ich war noch nie krass in dem spiel andere pattern oder sein war noch nie gut im spiel leider das andere pattern hier könnte oder oh mein gott okay kinder verarsche oh gott super die krähe macht noch scheiße muss einfach nur vor der krähe da sein das war so lucky hilfe und die krähe stinkt immer wieder stark muss nur vor ich muss nur von medikern reichte gar nicht um boxen ich habe ich bin habe ich bin die tanzende ente das treue stolze stück du bist eine triggere sumpf in dem voll mit öl bastard dass du es wachst dass du es wachst dass du es wachst nicht anzufassen und jetzt ne null und jetzt ne null oh bastard richtig ey wir müssen Daniel killen aber kill bitte eh die nicht als er schon gewinnen kann ja Koko nee habe ich die nicht du hast du noch eine Rakete oder ich habe keine Rakete mehr macht du musst die Kieße war ja nicht so wichtig Koko hat eine Rakete just saying er hat zwei stück er hat zwei stücke gehabt Bruder ich habe vorhin gesagt kill Koko nee ich habe keine Rakete mehr doch was doch du hast doch zwei doch war nicht negativ gemeint aber doch 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 Eli kommt auch jetzt da dahin das sind alle nee ich habe zwei benutzt er lügt schämt sie nicht einmal her einmal her einmal her ich würde zählen mal wegballern nee wir müssen auf Danny gehen Danny muss jetzt zweimal attackiert werden sich das aus ne oder mach Auber mach ne Auber rein ne ne mach ne Auber da rein ne richtig schöne Auber er folgt ne Schimpel Auber in unserer Fresse ist das krank ne richtig schöne Auber ja genau und feier ab feier ordentlich ab hätt sie auch in die Mitte noch ach so Koko Eli das kriegt da ein na ist das schön Auber ooooh das Mäd ist nochmal dran auch Gänsehaut naja hau dir das an El Morius hast du was El Morius El Morius hat auch Auber Feuer warte mal eben vielleicht noch auf Eli und Koko die sind auch in die Munde ja ja aber so hast du Sane nicht triffst du musst nur Koko und Eli treffen ok 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 in der Mitte genau ja hier ist so viel Politik ne Koko und Eli ja Feuer äh ein töten von beiden super weiter das hätte so voll schon machen müssen um die zwei ey wieso 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 sind wir alle hier hast du für eine spannende Runde noch hier hast du noch was für Eli ein riesen Friedhof mach Meter 1 uuuuuh oder ich kommt genau auf die Kiese ne ne kommst du nicht oder ey wir sind alle auf einem Kielstatt ist das gestört oder ja auch so der vor der freien die das schickfall soll entscheiden oh mein Gott der Haase ich glaube der Kielten ist ne das ist der Haase ne ne ich krieg die Kies leider jetzt nicht ich glaube der hat aber hier stehen und du bist nicht auf dem Feld ehli ich glaube der Kielstatt oh mein Gott was ich glaube der Kielstatt ey mal er kielst mich 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 bitte 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 wie sie fliegt ne ist wieder glückchat ist wieder glückchat ist wieder nicht skill digga guckst dir an guckst dir an oder ey man bitte braun dieses Spiel man die Physikente macht ihrem Namen maybe alle Ehre ach du scheiße hab ich nubes ich brauche dich mal wieder lange warst du mir dich teuer geben den liebsten noch nein die haben es fertig ganz hohe ich habe es älteres wie bei der Amtsböde Danny wir beide Danny wir beide Danny wir beide war wieder RNG oder? war wieder RNG oder? war wieder RNG oder? ne 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 ist kein Skill Räder wie geil ist das? ist kein Skill scheiße oh mein Gott Bruder was ist das für ne Runde ähm ach digga hey was hast du was zum angreifen was hast du bekommen äh ich hab mal genäht bekommen ich hab nur mal genäht boah ich könnte ein spicy play machen digga oh ist das der Jam ich weiß es nicht man achse Kiste öffnen auf den ersten hoffen äh oh warte mal eben rinder kies so will ich? ne äh oh ich könnte halt mit zählen mit zählen mit zählen mit zählen tippen du feuerst ehli weg dann sind wir wenigstens vorne dann bin ich weg von der Gefahrenzone hier hier ist nämlich Arsch ich mach das ich mach das hier ist Arsch ich gewählte ich gewählte richtig auf Danny absaften aber wenn du jetzt games performst dann bist du eh immer vorne ich wollte nur weg von der scheiße vom Hasen mit der Rakete richtig reinschöppern also soll ich abziehen du musst du musst auf ehli alles auf ehli nur auf ehli ok dann war mein dritter Magnet den ich abbekomme oh nee oh mein god das ist der Trait das ist halt crazy und jetzt Heldo Elmorius 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 ok 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 fünf Felder ja ok machen wir das für die damage der hat nicht mehr viel ich hab ne ich hab ne dings ich fickt ich finde ich den aber Danny kriegt die ganzen keys du musst Danny low machen eigentlich was sprichst du uns gegen die zu arbeiten auf den scheiß dreckskopf nach sofort drauf denn die doch keine kieser nur einmal durchlaufen ich muss einmal durch die scheiße durchlaufen dann bin ich am chillen nur einmal durchlaufen habe ich genug kies und kann das einmal tag nicht getötet werde ich muss nur einmal durchkommen genau auf kroko könnte sein dass er auf ihn hüpft der hause holt ich habe nichts für danny dann danny hat eine kiste chat bitte wir müssen jetzt immer auf den jenigen kommst du mir von der mauer suppe das ist tot du musst doch gerne was machen warte erst mal dass jetzt mal laufen mach auf den jahren ist der tod nicht müssen jetzt kommt das geschenk spiel dass das eiskugel spielt jetzt kommt oder dieses feuerballspiel jetzt kommt oder das schlüsselspiel jetzt kommt irgendein spiel wo ich richtig gefokust werde pass auf 31 kies denn ich so hören wir mal zu wie viel wie man geht in die rakete 10 ziel erst aber das macht eigentlich keinen sinn 1 2 3 4 ok ich möchte welches mal so gesagt haben mich kriegst du auch noch ein bisschen so gut wenn du willst du kriegst die ganzen aber die so kirk und elie dann kriege ich die kies und du kriegst kies dennig wäre weg hätte auch keine kies oder bei allerliebe das macht sinn obwohl die koko lebt noch koko lebt noch koks full life also ich sagte ehrlich ich mache einfach ich glaube nicht dass du noch mal so nah rankommt einfach mal durch das geht hier ab ja was das war eine runde du musst also bekommen extra miet das einer kasse und ich bin noch sehen du du göttliches wesen läuft krank davon die stehen so kommen du hast kies bekommen sehr gut sein oder treu ist stück o mein zählen und kommerze haze auf koko 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 das war böse grad ne das war richtig ja die rakete war wichtig war guter kolle und jetzt ein minigame war super ich weiß nicht war das nicht ins licht ich weiß warum wir müssen koko finden der hat nämlich noch ein tp der darf keine schüssel bekommen aber er kann die kies wenn ich wo bin ich ein bisschen tot morios lebe kannst du los oder ich habe aber schon passiert der mensch ist okay dass ich jetzt check dir den smarten move den ich hier mache mein gott was ich würde so schnell so schnell konnte man gar nicht reagieren oh mein gott zehn lebt bitte sein zähler zehn leben ich hatte full life eine sekunde bitte sein oh mein gott jungs danny danny aber das ist weil die christen aber ich habe ja 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 ich habe die ganze zeit topen ihr bastarde muss laufen oder medien ich weiß nicht ob es dir aufgefallen ist aber jetzt haben die medien vielleicht mal den fokus haben wir weg lenken die haben viel mehr kies sie haben alles du musst die kiste nehmen weil koko hat ein tp wenn du jetzt läuft wird sich koko mit die koko hat aber keine kies koker 25 kies noch mal er 25 33 7 dadurch 0 oder 1 einfach 7 ich glaube nicht mehr im märz in 1 4 7 einmal obwohl geschenk spiel auswahl 1 ich kriege sieben kies auch gewinnt das spiel offen laufen oben rum ja um den schaden nimm den schaden koko kanti pin aber er gemacht man dann steht er vom geschenk und kriegt nix weil er ist so manche sind da kiesner fängt der tp welches ist das ist ein weg aber hat nichts von hier bastarde hast du ne ich bin jetzt auch damit ja oh nein 1 2 um eine schöne weg der macht nichts er macht nichts er macht nichts er macht nichts ich steh drauf was du müssen dann machen dann macht er was mit einem baster item stinke der plan war dass du das tp ist mit dingster ich verliere keine 19 kies das wenn ich sterbe also ich verliere vielleicht 19 aber ich bekomme dann noch mal parkis ich verliere nicht so viel glaube ich 16 kies obwohl wenn sie mich aber wenn sie mich jetzt melken und dann töten dann vielleicht schon wissen gerne die müssen diese kiste bekommen koko und wir müssen denn die denn die müssen wir ja dann müssen wir hast du also abrissbirne vielleicht mehr die zahl vielleicht den tribut ihr könnt machen was ihr wollt so viele kies oben bringt nichts weiter mit der supp und bin tot hier krieg schon und du bist amnächst eine kiste wenn ich auch gemacht kann sind hier krieg schon kiste allerdings das ist tot bitte keine kiste das ist jungs das ist mein vierter das ist mein vierter das ist sogar überlegen dass die zwei geklaut hat 6 6 kein spiel zum fokus egal ich nehme die kies mit mein freund ich mich behalte ich bin lächelte hause ist er der hausse macht sein job ist krass sagen wir mal kurz gucken lassen wir kurz gucken zwei mal um und neuen kies ist es wichtig hat sich bringt nix tp wird was bringen sogar das coco die kies also von elders weil ich werde parkis bekommen wenn sie mich dann töten damit er das übergeschenkt bekommt so macht okay da machst du nicht mit mir tp sollen dass du die kiasse ich die kies sich einfach von elders sein das macht alles kennt sind er kriegt doch gleich er kriegt doch gleich die kiste so halten wir das ding noch am herz hat er hat 600 pw zuerst super super das wäre also eigentlich wir müssen wir müssen ein bisschen gerne in kogo wir müssen ein bisschen gerne mit dem super geschenk holen und da brauchen wir einmal den automaten bekommst mein freund tp auf mich wäre so kauf gewesen das ist nicht gegenseitig kennen das ist ganz empfindlich alles was steht ja ohne 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 jungs keine fachse jetzt nicht fair play jungs wir sind hier da kommen bis zu viel spaß hier ganz kann er soll ich hab getrollt ja nichts machen so viel an die das game war gestern war zu fassen bastard 10 tötte sie ich habe keine waffe ohne waffe keine krokus der welt ich treffe kein shot ich treffe ich einen start ja ich habe die ganze waffe ich habe nicht ich bin so ein dummes und ich bin so ein untreu ich bin so ein untreu ich habe fünf waffen gab ich habe ein kill gemacht ich bin so ein bastard war der jungs aufgeholt ich habe noch mal aufgerückt ja ich bin zweiter ich habe aufgeholt ich bin alle geschenkt guck mal bitte das loch macht kein doch das geschenk kann nicht er hat es schon mal krokus super geschenk wo wir jetzt nicht wo jetzt atom was er so krass macht kaktus macht kaktus super geschenkt es tut mir leid ich habe mich nicht ich habe mich nicht drüber von der dfb zu haben elos los der befreiungsschlag elos mein löwe was soll ich sagen ein loch mit dir du du hund was du bist medien müsst ihr müsst auf dann gehen hast du was ich schwöre also jungs ist aber verdient schon so oft erster und zweiter drücken durch drücken du musst du mein wort wenn ich jetzt erster werde kriege ich die kiste höchstwahrscheinlich wobei schlecht spielt die hier steht das scheiße geht so es gönnt back to back mich und es ist der karl mit seinem mächtigen kopf okay wir haben die chance koge wir haben eine kleine wir haben alle auf ich bin auch alle auf den auf lila auf lila ich gehe auf lila ich gehe auf lila ich gehe auf lila ich gehe auf lila super bleib dran ich war anders an koko wie schlecht wie schlecht geht auf mich die jungs geht doch bitte auch bitte eldos wieso sollte ich die die gewinne die gewinnen die gewinnen die wollen wir gucken die ich habe keine tp was laberst du super wir müssen jetzt auf den eldos bitte denn er geht auf den eldos denn die alle auf den ihr klein jetzt feuer ab mit feuer ab koko ich kann erster werden ich kann erster werden ich kann erster werden ich auch ich hab 60 50 ich hab 60 warte bleib der oben bleiben ja so war ja 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 Ich denke, ich schwöre diese verschützende Schicksal. Wie dumm könnt ihr sein, dass ihr nicht auf mich hört. Wie dumm könnt ihr sein. Ihr seid so dumm. Ihr habt es vorhin verkackt, als ich gesagt habe, macht eine Aubergine auf GroKo. Habt ihr es nicht gemacht, weil ihr euren eigenen Arsch retten wollt. Das ist crazy, lasst euch so beeinflussen. Das ist krank. Bis zum nächsten Mal.